Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 9. Juli. Heute haben wir dabei Amazon Music, Samsung, Google Maps, Instagram und Apple Pay. Beginnen tun wir mit Amazon Music. Da gibt es jetzt anscheinend eine neue Aktion. Man kann drei Monate kostenlos Amazon Music Unlimited nutzen und danach kotzt es dann für Prime-Mitglieder 7,99 Euro und für Nicht-Prime-Mitglieder 9,99 Euro. Logischerweise, wie so oft, eigentlich nur für Neukunden. Es gab wohl aber in der Vergangenheit auch die Möglichkeit, dass das schon mal ehemalige Bestandskunden auch neu abschließen konnten. Solange der Vorrat reicht, also nicht endlos, also wenn ihr Interesse habt, probiert es einfach mal aus. Letzte Woche ging es ja relativ hoch durchs Netz, dass Apple plant, kein Ladegerät und auch keine Kopfhörer mehr zum iPhone dabei zu packen und schneller als erwartet hat jetzt auch Samsung wohl nachgezogen. Zumindest gibt es da entsprechende Informationen, Schrägstrich Gerüchte, dass Samsung auch kein Ladegerät mehr beilegen möchte und das wahrscheinlich aber erst ab nächstem Jahr, sprich beim nächsten Galaxy Unpacked Event werden wir wahrscheinlich noch ein paar Geräte sehen, die entsprechend mit Vollausstattung kommen. Google Maps, die haben jetzt in Amerika angefangen, auch Ampeln einzublenden auf ihren Karten. Das hatte Apple bereits ab iOS 13 auch gemacht und zwar Ampeln und auch Stoppschilder wurden auf Apple Maps angezeigt oder Apple Karten, wie man in Deutschland sagt. Ja, und Google zieht wohl jetzt nach, aber erstmal nur in Amerika und wie so oft, da müssen wir mal gucken, wie lange es dauert, bis das dann auch in Deutschland auftaucht. Das ist auf jeden Fall eine gute und gern gesehene Funktion. Instagram, die haben jetzt eine neue Funktion ausgerollt. Die war bereits im Mai angekündigt und man kann nun entsprechend seine Lieblingskommentare an einen Post anpinnen. Das kennen wir generell von Twitter und Facebook, wo man sich generell einen Post oben in seiner Timeline, in seinem Profil anpinnen kann. Und bei Instagram geht das jetzt mit Kommentaren pro Post und nicht nur mit einem, sondern sogar mit drei. Entsprechend, man wischt einmal rüber, hat dann einen Pin und kann dann entsprechend den Kommentar anpinnen und dann jeder, der sich das Foto oder das Video anguckt, hat dann oben die drei Kommentare als erstes, bevor es dann ganz normal mit den anderen Kommentaren darunter weitergeht. Letztes Thema für heute, Apple Pay. Apple Pay, das haben jetzt Leute rausgefunden in iOS 14, plant wohl auch Bezahlung via QR-Code anzubieten. Und vielleicht sogar in beide Wege, sprich man scannt einen QR-Code, um die Bezahlung einzuleiten. Das kennen wir besonders von WeChat Pay in China. Da läuft das so, dass ganz viele, ja auch Straßenhändler einfach einen QR-Code an ihrem Stand haben und mit der WeChat App scannt man diesen und dadurch wird praktisch halt die ganze Information überliefert, die man so braucht für das Konto. Und dann gibt man einfach noch die Summe ein, die man bezahlen möchte, zeigt das dem Händler in dem Beispiel und dann ist die Transaktion belaufen. Ja, bei Apple gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass ein QR-Code kreiert wird, sprich man sagt selber, wie viel Geld man eventuell annehmen möchte und dann scannt der andere das entsprechend und dann wird dadurch die Überweisung durchgeführt. Warten wir mal ab. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Hätte ich früher auch nicht gedacht, aber China zeigt es ja, bezahlen mit QR-Code ist anscheinend durchaus eine populäre Möglichkeit, die auch wenig kostet, also im Gegensatz zu Touch- und Wireless-Bezahlung, wo man ja auf jeden Fall ein Gerät braucht. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Habt einen großartigen Donnerstag, bleibt positiv und dann hören wir uns hoffentlich morgen zum Ende der Woche wieder. Hört mehr Geek Talk!